Und herzlich willkommen zurück zu Klingende Mahlzeine Wings. Ja, wir sind zwar gerade noch im Ladebildschirm, aber wir starten jetzt gleich wieder Agrabah. Derzeit kann ich hier eigentlich nicht mehr viel mehr machen. Deswegen gehe ich mal zurück zum Gummi-Jet. Und guck mal, was uns da so erwartet, würde ich behaupten. Ich denke, ja, mit der neuen Triotech sollten wir Besuch der Welt nochmals erkunden. War nicht auch im Accessiarladen so ein Zeichen? Ob die verlorene Seite zu Merlins Buch gehört? In anderen Wetter sollten wir sie ihm überbringen. Das trifft sich eigentlich recht gut, weil ich an sich eh nach Travers wollte. Also gerade wegen den Accessiarladen jetzt. Deswegen fliege ich da ein Zeichen. Und ja, Merlin können wir auch nebenbei besuchen. Das sollte jetzt kein größeres Problem sein. Ah, lassen wir uns doch mal gleich in Accessiarladen beamen. Zum Merlin müssen wir dann laufen, mehr oder weniger. Dann hätte ich mich lieber zum Merlin beamen lassen. Aber naja. Ach, kommt schon Ladebildschirm. So, hier sind wir. Und hier können wir jetzt die... ...grüne Triotechnik nutzen. Wunderbar, jetzt können wir die Leiter runterholen. Oder beziehungsweise haben die Leiter runterholen. Beim letzten Mal... Hier noch Pinocchio. Nö, der ist nicht mehr da. Okay, dann ist Pinocchio halt nicht mehr da. Ich kletter jetzt hier hoch. Und gucken mal, was wir in Accessiarladen machen können. Oh, können wir die öffnen? Tatsächlich. Oh, die Dalmatiner. Können wir eigentlich auch machen. Habe ich jetzt aber keine Lust dazu. Gehe ich später mal nach dem gucken. So, was sagst du denn? Wir kennen das euren Items ungewöhnlich Neumann-Kopo. Lasst uns ja was für euch machen, Kopo. Bringt einen Haufen Items von eurer Reise mit, Kopo. Kopo, Kopo, Kopo. Willkommen, schmieden wir. Ich kann, wie man sieht, jetzt nicht so viel machen. XP-Oring wäre schön. Fehlt mir aber das meiste. Muss ich jetzt noch gucken, woher ich das bekomme. Soweit ich weiß, muss ich aber... Energie-Reif. Bitte. Dann mache ich nur den Energie-Reif. Muss ich hier alles schmieden, damit ich Dings... Also immer mehr schmieden, damit ich bessere Waffen bekomme. Ich möchte mal ein Dreieck drücken, um... Ähm, Dings zu machen. Jetzt habe ich den Energie-Reif. Ist jetzt nicht so der Burner. Nein, ich wollte da gar nicht runter, verdammt. Egal, jetzt bin ich hier. Das heißt, ich brauche viele, viele Items. Ich werde jetzt immer mal wieder Items... ...gucken, woher ich die bekomme. Ich werde mir da noch eine Liste anfertigen. Off-screen natürlich. Beziehungsweise werde ich mir eventuell lieber eine Liste aus dem Internet holen. Und die dann... ...mal angucken, neben den Let's Play aufmachen oder so. Damit ich dann weiß, woher ich das finde. Und dann kann ich die Farm gehen. Entweder on- oder off-screen. Das weiß ich noch nicht so genau. Okay, Runterla. Ach, eine Affe da. Jetzt kann ich euch theoretisch den Sonic-Stoß zeigen. Aua. Ach, komm. Aua. Aua, schon wieder. Ach, toll. Jetzt habe ich ihn auch noch gefällt, den Sonic-Stoß. Okay, ich hau ab. Du druckst mir jetzt hierzu. Keine Ahnung, was hier mit mir machen. Aua. Ich habe vergessen. Da ist er gar nicht mehr. Die nur ich jetzt den Sonic-Stoß muss. Aua. Die machen mich fertig. Was ist denn mit den Affen los? Aua. Ich brauche immer mehr Pinke-Haffen. Oh, das ist doch knapp. Lasst mich doch bitte Ruhe. Die Affen nerven mich. Warum immer ich. Ich werde jetzt natürlich wieder vermehrt Gegner hauen. Wenn ich so sehe, weil ich brauche die Items. Es geht mir nicht mal mehr um das Level ab. Es geht mir um die Items. Und da bringt sowas wie Glückspilz. Und Goofy ist doch schon sehr schlimm. Wenn ich den noch ein bisschen öfter hätte, wäre das sehr schön. Aber habe ich leider nicht. Ich weiß jetzt aus dem Kopf leider gar nicht, woher ich irgendwas aus der Schmiede bekomme. Das ist halt das, was mich so ein bisschen ärgert. Alles komm her. Ich möchte hier eigentlich gar nicht so viel Zeit mit verpämpfern. Ich möchte klar ein paar Items sammeln. Aber ich weiß nicht, ob die hier überhaupt die Drogen wie ich haben möchte. Aua. Aua. Ich erwische echt gar keinen mehr. Aua. Da haben wir zum Beispiel Pyro-Schlitter bekommen. Pyro-Schlitter. Super. Da kommen wir auch her. Geht der gar nicht weiter hier so. Ich habe mich entschlossen, ich werde auch die optionalen Endgegner machen. Wobei ich bei den einen gar nicht weiß, wie ich den mache. Den bei. Wenn ich mal wüsste, wie die Welt heißt. Auf jeden Fall die in der komischen Welt. Mit dem Turm, wo man auch fliegen kann und so. Falls jemand von euch weiß, wie man den macht, wäre das echt nett, in den Kommentaren mal zu hinterlassen. Weil bei denen habe ich schon als Kind immer gefehlt. Und ich hatte noch keinen Plan, wie ich den jemals machen soll. So, komm, kann ich jetzt hier hinten... Ne, da brauche ich immer noch Gelb zum. Gelb habe ich aber noch nicht. Ich weiß zwar, woher ich Gelb bekommen habe, aber das ist dauernd. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, eigentlich wollte ich noch in den Laden zu Dings da hingehen. Ähm... Ich wollte als erstes hier untersuchen. Mal gucken, ob ich da was Neues habe. Machen wir bloß Sorgen um Cinderella. Super. Hier können wir uns heilen. Das ist schon mal etwas. Ähm... Ehrliegen. Los, komm, rede mit mir. Was gibt's für Magie, hm? Wilde Höhle. Könnte ich noch da unten. Ich glaube... Das, was ich haben möchte, bekomme ich nur, wenn ich... Los, komm, lass mich fliegen. Ähm... Hier ist es eigentlich so. Hier kann ich alle Zauber üben, so viel ich möchte. Ich kann mich zum Beispiel auch Heistar machen. Was haben wir noch? Gravitas, Magie, Aero. Sonic Stoß kann ich auch machen. Den einen oder anderen erinnert, dass dann die Technik die Cloud gegen uns eingesetzt hat. Ich kann mich auch... Ich meine, wo er eigentlich Simba zu zeigen zeigt. Das bietet sich dieser Platz hier an. Ja, okay, Simba habe ich jetzt so schon mal gezeigt. Ah, naja, ich weiß schon nicht, dass man... Hier geht das eventuell noch ein bisschen besser. Momentan macht er gar nichts. Jetzt ist er wieder weg. Dann rufen wir mal Genie. Ich muss sagen, ich habe hier Aufrufe in den Kingdom Hearts 1 noch nie so häufig eingesetzt. Deswegen überrascht mich die Sequenz persönlich gerade ein bisschen selber. So, mal gucken, was kann ich denn jetzt sagen. Irgendwie kann er gar nichts. Das macht gar nichts. Auch dein E-Wider-Geschiehen, wenn du nicht kannst. Eigentlich sollte er mir jetzt davor was geben, dass ich ihn alle zwei mal gezeigt habe. Aber... Irgendwie hat er da auch wirklich nicht so große Lust. Ansprechen. Willst du ihn hören? Nein, ich will noch nicht üben. Ja, das war verdrückt. Ja, also das irritiert mich ein bisschen. Eigentlich... Höhe runter. Eigentlich sollte er mir was geben. Nicht, ja. Naja. Dann nicht, ich sollte ja auch mit ihm reden wegen diesem komischen Buch. Da bin ich jetzt schon wieder dreimal dran vorbeigelaufen, oder? Da ist es doch. Untersuchen. Ja, weißer Bildschirm. Ja. Der eine oder andere kennt es, den 100 Morgenwald von Winnie-Pooh. Umso mehr verlorene Seiten wir sammeln, umso mehr wird hier freigeschaltet. Sag ich ja, dann könnten wir jetzt theoretisch was machen. Aber das bringt eh noch nicht so viel. Weil man, wie gesagt, alles braucht nach einer Zeit. Jetzt kann ich immer Stück für Stückweise was machen. Aber ich mach die Welt lieber am Stück und warte deswegen, bis ich alle Seiten habe. Mich würde gerade wirklich nur interessieren, warum Merlin mir nichts gibt, so wie er es eigentlich sollte. Das hatte ich eigentlich nochmal nachgeschlagen. Oder mir fehlt da echt noch was. Das ist aber jetzt gerade nicht auf Anhieb was. Na ja, dann probiere ich das nochmal auszuscreenen. Ähm. Ja, wie mach ich das? Die habe ich doch auch schon gesprochen. Warum ist die eigentlich so klein? Meine Welt ist verschwunden. Hast du nicht was Besseres zu sagen? Okay. Na gut, dann beende ich diesen Part etwas früher. Und probiere das dann nochmal auszugehen aus. Vielleicht kriege ich ja dann was Besseres hin. Gut. Ich bedanke mich für euren Zuschauer. Und hoffe, dass ihr auch im nächsten paar wieder vorbeischaut bei Kingdom Hearts Final Mix. Bis dahin.